Die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu befördern. Die ELO begann ihre Tätigkeit am 11. April 1919 auf der Friedenskonferenz in Versailles. Sie war ursprünglich eine ständige Einrichtung des Völkerbundes mit dem Ziel der Sicherung des Weltfriedens auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit. Entstanden war sie aus einer Forderung der sozialdemokratischen Amsterdamer Gewerkschafts-Internationale. Seit dem 14. Dezember 1946, als sie ihren Sitz in Genf einnahm, ist die ELO eine UN-Sonderorganisation und damit die erste Einrichtung dieser Art. 1969 wurde der Organisation der Friedensnobelpreis und 1994 der Hans-Böckler-Preis zu erkannt. Die ELO hat 185 Mitgliedstaaten. Organe Internationale Arbeitskonferenz Tritt einmal jährlich in Genf zusammen, beschließt Rechtsakte und das Budget der Organisation. Im höchsten Organ der ELO hat jeder Mitgliedstaat vier Delegierte. Davon zwei Vertreter der Regierung und je einen Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. Verwaltungsrat Die Exekutive besteht aus 56 Vertretern und trifft sich dreimal jährlich. Auch hier ist das Verhältnis der Vertreter zwei eins zu eins. Zehn der 28 Regierungssitze werden permanent durch zehn Staaten großer industrieller Bedeutung gehalten. Die restlichen acht zehn werden alle drei Jahre gewählt. Die Vertreter aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen werden persönlich gewählt. Internationales Arbeitsamt übernimmt die Funktion eines Sekretariates der Internationalen Arbeitsorganisation und führt unter anderem regelmäßige Statistiken über die Arbeitsmarkt- und arbeitsrechtliche Situation in den Mitgliedsländern. Generaldirektoren Generaldirektoren der ELO waren seit 1919 zu 1919 minus 1932 Albert Thomans 1932 bis 1939 Harold B. Butler 1939 bis 1941 John Gilbert Winnend 1941 bis 1948 Edward J. Fehlern 1948 bis 1970 David A. Morse 1970 bis 1973 Wilfried Jenks 1974 bis 1989 Francis Blanchard 1989 bis 1999 Michael Hansene 1999 bis 2012 Juan Somavia Seit 2012 Guy Ryder Arbeitsweise Die ELO ist damit beauftragt, internationale Arbeitsstandards weiterzuentwickeln. Dazu arbeitet sie rechtsverbindliche Übereinkommen sowie Empfehlungen an die Mitgliedstaaten aus. Davon werden verschiedene Gebiete des Arbeitsrechtes betroffen. Standards für den Mutterschutz, Schutz von temporären angestellten Altersgrenzen für bestimmte Arbeiten ETC Insgesamt existieren bis heute 188 Übereinkommen und 198 Empfehlungen. Übereinkommen begründen nach Ratifizierung durch die hierfür zuständigen Stellen eines Mitgliedstaates rechtliche Verpflichtungen, Wohingegen Empfehlungen lediglich Orientierungshilfen für die Politik geben sollen. Mitglieder müssen der ELO über die Umsetzung der von ihnen ratifizierten Übereinkommen sowie über den Stand ihrer nationalen Gesetzgebung in Bezug auf das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz regelmäßig Bericht erstatten. Siehe auch Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik Kernarbeitsnorm ISCO 88 Die von der Internationalen Arbeitsorganisation herausgegebene Berufsklassifikation UN Global Compact North American Agreement on Labor Cooperation Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO-Klassifikation